Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Piano Basics. Mein Name ist Konrad Engel, ich bin Professor für Klavier hier in Berlin an der HFM Hans Eisler und Fachgruppenleiter am Musikgymnasium Karl Philipp Emanuel Bach. Zuerst möchte ich auf diesem neuen Kanal die Grundübungen vorstellen, die mir mein Lehrer in Hannover vor vielen Jahren mit auf den Weg gegeben hat. Das sind Einspielübungen und kleine Meditationen zur Stärkung der Muskulatur und zum Aufwärmen der Konzentration, die man als Zyklus üben kann idealerweise oder einzeln, je nachdem wie viel Zeit zur Verfügung steht oder ob man ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Anfänger sollten die Sache sehr gründlich angehen. Profis, Fortgeschrittene, können sich wie aus dem Baukastensystem daraus eigene Warm-Ups zusammenstellen. Ich wünsche viel Freude beim Ausprobieren, beim sich hineinversetzen, sich vertraut machen und ja vielleicht auch beim Weitergeben. Was für ein paar Minuten? Das ist ein bisschen, also die Das ist ein bisschen, also die